Hallö, damit erwart ich Willkommen zum heiligen Sonntag in dieser Scheiße hier. Jetzt ist er mit dem Stefan, hallo. Ich fand dein Rally to Rumble Ding da, was du mal gebracht hast, à la Mr. Buffer, fand ich, fand ich, hab ich mir enjoyed. Das freut mich. Habe ich schon immer gesagt, dass das warm ist? Ich hab Wellige Heizungen anzumachen, es ist kalt Ja, du frierst, Heizungen anmachen im Juni, Alter Müsst du immer gerne, Alter Ach, guck mal hier, du bist schon am ernten, Nelly Na, ach Höstlich Ja, ja, ja Höre auf, höre auf So, machen wir das ja auch nochmal fällig Dann haben wir es gleich hier mit den Aufträgen Komm, eine fällt halb ich, glaub ich, noch Und dann schwimmen wir Wir im Reichtum, ne, nach dem Sojaverkauf Ist das hier eingestellt Hier, tja, passt so weit Haben wir irgendwie schon erwähnt, dass es noch 6 Tage Bis der Aufzeit sind? Ne, haben wir noch nicht erwähnt In der heutigen Folge zumindest, ne? Naja Es sind noch 6 Tage bis der Aufzeit Richtig Ihr könnt jetzt bei Stefan Einfach mal 5 Euro Super Sanks da lassen Ne, hast du ja aktiviert, oder? Hab ich aktiviert, ja Genau, einfach mal Super Sanks da lassen Könnte auch, könnte auch Kann auch nur ein Dollar sein Ich weiß nicht, was das Minimum dabei ist Bei jedem Dollar, den ihr da in Super Sanks reinschallert Wird Stefan bei seiner Hochzeit Ein Kleidungsstück weniger tragen Wenn die Stefan Ach, nicht diesen jetzt Warum denn? Ich weiß, wofür du als Beweis Natürlich Leute Was hast du denn gegen die FKK-Hochzeit? Weiß ich nicht Also ich würd's enjoy'n Ja Ist richtig, Wendy Aber so viel Gammelfleisch möchtest du nicht sehen Sowieso Der Kessel verdeckt doch eh alles Ist richtig Gab's FKK-Hochzeiten? Bestimmt gab's das schon Es gibt ja hier auch so So Fun-Hochzeiten Also jetzt Fun im Sinne von Wir kleiden uns irgendwie Im 30er-Jahres-Stil 50er-Jahre 60er-70er Wir verkleiden uns halt als Keine Ahnung irgendwas Da gibt's ja die wildesten Partys Glaube ich Das war für sie nie eine Option Nee Erstens, weil ich Mutter nicht enttäuschen will Jetzt kommt's nämlich raus Warum die Hochzeit so ist, wie sie ist Ja Und meine Frau hätte das auch nicht gewollt Stimmt Nee, deine Frau hat auch wen schon Mit der Kirche zu tun wie du, oder? Die arbeitet halt im Unternehmen Was in der Kirche ist Achso, deswegen ist sie da drinnen Weil sie das auch In Gottes willen Oder so eine Zwangs-Ehe Also Zwangs-Arbeits-Ehe Eieieieiei Ja, und du bist einfach noch drinnen Aus Langerweile, ne? Ja Erstmal Weil du halt gerne Steuern bezahlst Bis auf weiter raus Bis auf weiter Ich mein, nach der Hochzeit kannst du ja raus, oder? Nach der Hochzeit, ja Ja Gut Wird denk ich mal auch passieren Stimmt, ja Ich hab schon mal jemanden dazugebracht Aus der Kirche auszutreten Echt? Mhm Den kennen wir beide Ich kann das auch überzeugen sein So ist es jetzt nicht Hast du gar mal in die Gruppe reingeguckt? Ähm In WhatsApp, ne? Ja, guck mal rein Falco hat sich da richtig gut Einfach das beste Foto Leute, wir können es nicht zeigen Aber es ist köstlich Ach, es ist schon alt, Junge Echt? Ja, aber es ist alt Das kam vor einer Stunde oder so Ja, sorry Wendy, wir nehmen auf Ich guck da nicht die ganze Zeit auf meinem Handy Du kriegst doch Benachrichtigungen Guckst du da nicht ab und zu mal drauf? Ja doch Aber ich hab's grad hier im Web gesehen Also ich hab an meinem Web-WhatsApp auf Da ploppte das jetzt gerade erst auf Warum auch immer Das war echt funny Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da passiert ist Auf jeden Fall, äh, ja Ist das lustig Ach, ist das herrlich Steht aber auch ganz schön viel, oder? Nee, ne? Also hast du schon ganz schön ordentlich stehen lassen, da vorne Naja, die Kurven halt, ne? Ja, ja Ansonsten alles easy peasy Alles easy peasy, sagst du Ja Ach, Mann, Leute So ist das Ja Sind wir schon wieder Ja, in der final week, ne? Final Countdown, Leute Tja Das heißt Morgen nochmal ganz normal aufnehmen Darauf die Woche auch wieder aufnehmen Also für uns ändert sich ja nix Für die Aufnahmetermine Wir haben halt nur Ab übernächste Woche Haben wir halt Stefans Frau dann hier mit dabei Richtig, genau Die spielt jetzt auch mit Die muss ja überprüfen, was sie hier den ganzen Tag machen Genau, genau Das ist dann halt Das geht dann halt nicht mehr ohne, ne? Das ist halt dann Der Der Vertrag der Ehe Genau Ja Unter anderem Stefan, wir haben schon 15 Minuten rum Mach jetzt bitte aus Ja Ja, Schatzi Mach ich Schuhe Da kommt die Stimme aus dem Off Ja, ja Das wird immer so schön nennen Ist halt auch so, ey Mann, 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 Leute, ey Ja Also ich bin ja mal gespannt, ob wir da nächste Woche noch befreundet sind Warum nicht? Weiß ich nicht Hä? Es wird ja immer von anderer Seite her gesagt, dass ich ne komplette Katastrophe wär Wer sagt das? Ansgar zum Beispiel Ja, gut, aber Ansgar hat auch andere komische Ansichten, ne? So als seine Ernährung und so weiter, ne? Stimmt, ja Das ist, wer den Tieren das Zeug wegfrisst, ne? Das ist Der ist mir generell ja ein bisschen unsympathischer, ne? Ja Was ich mir aber gerade überlege Gibt's jemanden in der Umgebung? Ne, die haben ja alle Ach, das ist ja das Scheiße, das ist ja das Beschissen an den Dresscode Ja Hat jeder das gleiche an? Also hätte ich gefragt, ob irgendjemand meine Klamotten da noch haben will, weißt du? Oder gibt's während der Location irgendwo einen Altleitercontainer? Ja, gleich um die Ecke Ja, sehr gut Dann spende ich nämlich, weil ich bin so ein herzensguter Mensch, liebe Damen und Herren Ja Und diverse Ich kaufe mir jetzt extra das Zeug Also, ich hab's noch nicht Stand jetzt Ähm, aber ich kaufe mir extra das Zeug Und spende es dann dementsprechend anderen Leuten Super, Blanny Ne, dass dann irgendjemand, ich weiß nicht, wo das Zeug hinverteilt wird Dann irgendjemand sagt, du, ich brauch einen Anzug Da hat er noch was in einen Altleitercontainer geworfen Und das Zeug ist nagelneu Ja Tipptopp Ja, das ist dann Ist ja auch Tobi Ne, nagelneue Schuhe Die wurden dann eine Stunde getragen Ja Na, können wir schon fast als neuwertig verkaufen Fast, ja Fast neuwertig Die Krawatte Geh ne Ahnung, die hänge ich irgendjemanden an den Autospiegel Schön Kann ich ja an euer Auto hängen, oder? Wenn ihr dann davor wegfahrt, ne Dann flattert doch eh mal so was rum, oder? Ja, aber da haben wir schon genug da Also Da haben wir schon genug da, Randy Passt schon Ja Wenn ich nämlich einfach da eine Packung reise mit Nose aufs Auto Na klar War vorher gekocht, ne? Sonst macht Kratzer Ich kann das Ding vorher kochen, ist okay Problem, ja Ah, ich weiß nicht Ach, Leute Wahnsinn, Wahnsinn Sie sind dann ja so wie es Also sobald Da wollte ich nochmal fragen Der Ablauf, ne? Also sie machen ja früh Standesamt Das kriegen wir ja eh alles nicht mit Ja Wir müssen Da müssen sie uns dann sowieso generell da nochmal so eine Checkliste geben Wann wir wo da zu sein haben, ne? Weil steht zwar Stehen zwar die Adressen da, wo wir hin müssen Aber nicht um welche Uhrzeit, ne? Also Da stand in der Einladung nicht drin Äh Also ihr müsst quasi um Um halber eins Müsst ihr an der An der Kirche sein Mhm Und um Viertel vor Also dreiviertel müsst ihr drin sein Mhm Also wir können auf Eokon Wir sollten nur spätestens dreiviertel da sein Also dreiviertel in der Kirche Also müssen wir in der Kirche sein Sag ich ja Also spätestens 40 da sein Dass man dann Zwei Minuten schnell in die Kirche rennen kann Hey Mal gucken wie sie Bis die Verkehrslaute dazu zulässt, ne? Denk dran Sie fahren nicht in den östlichen Gefilden Sondern im Ruhrgebiet, ne? Naja Naja Ich sag mal so Ich hab ne Lichtstube Bringt dir nichts auf der A40? Der ist wirklich Es gibt ja nicht Oder Der kannsteig und laufen ist schneller Ja Es gibt ja unseren Standstreben Ich muss halt nochmal kurz An das Kennzeichen wechseln, ne? Achso, ja Naja Gämmen sie mir einfach ihrs Das passt schon Natürlich 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 Ja Jetzt müssen sie erstmal hinkommen Ja gut, stimmt Naja, sie können sie mir ja vorher Verpost schicken Natürlich schicke ich den Mann Kennzeichen verpost Warum nicht? Ich mach das sauber Ja Aber egal Also gut Also halb und dreiviertel Spätestens drin sein Das heißt dann Das heißt dann Wenn wir dreiviertel drinnen sind Geht die ganze Schoße Also wann treten sie ein? Ich? Ja Also Sie sind sogar schon drin Wenn wir ankommen Ja, ich bin so Kommt als letztes Ja, ja genau Nagel Programmheft Wird halt irgendwann die Orgel angeschmissen Und dann kommt die Braut rein Ja Die fängt an mit trellern Dann treller die noch dreimal Ja Ne, zweimal Die hat ja noch drei Leder Ja Sonst wärs teurer geworden Ähm Genau Dann ist die vorbei Ja Die verabschiedet sich dann Oder darf die dann mit dabei bleiben Setzt die sich dann hin Oder Hau die dann ab Die bleibt da sitzen erstmal Ach die wird da auch erstmal sitzen Ja, ja Okay Die macht ja zum Äh Quasi zum Äh Einzug Dann irgendwann zwischendrin Dann in der Mitte Und dann zum Ende nochmal Ach gar nicht am Stück? Ne, ne Nicht am Stück Natürlich nicht am Stück Ich dachte die Die drei Lieder Und dann Okay Also die macht am Anfang Wenn die Frau rein Also wenn deine Dame reinläuft Okay Gut Wie geht's dann weiter? Ah ne Dann macht ja erstmal die Pfarrerin Hallo Willkommen in der Heiligen Hast du nicht gesehen? Äh Warte mal Ich hab Ich versuch Ach guck mal Hier hab ich sogar einen Plan Also Der Plan ist wie folgt Ach Alter Wieso macht der das jetzt hier Auf diesem Handy nicht? Kann ich jetzt hier meinen Drive nicht öffnen? Verdammt Hauptsache noch gleich So Jetzt hab ich's hier Auf meiner linken So Da Hier Ich hab grad das Heft hier auf Was wir noch Mühsam Designed haben Also Erstmal gibt's Einzug Ne Song Fertig So Eröffnung Durch Fahrerin Hier Begrüßung Die ist das Blabla Da gibt's dann hier so Eine Vorlesung von einem Psalm Das ist halt so Brauch So Kirchen Achso hier aus der Bibel Und Moses sprach Teile dich Irgendwie sowas Dann gibt's dann noch So ein Eingangsgebet Och ne oder? Doch Er gehört dazu Randy Ja solange man nicht mitmachen muss Dann Muss ich mal kurz gucken Dass ich hier nicht durcheinander komme Dann wieder ein Lied Dann gibt's dann Dementsprechend eine Ansprache Nochmal Okay Ja es gibt mehrere Ansprachen Dann gibt's dann Auch ein Lied Was wir alle gemeinsam singen In der Gemeinde Gehört sich natürlich auch Haben wir natürlich alles ausgedruckt Könnt ihr alles mittalern Och ey Ist das dieses Kirchengelümb da Was die da Dann singt oder was Es gibt ja zwei normale Lieder Und ein Kirchenlied Hast du gesagt Ja es hat aber nichts mit der Sängerin zu tun Achso die Fahrerin singt dann selber Ja Ach du ja Mit der Gemeinde Ja oder mit niemandem Eins von beiden Genau dann gibt's dann noch hier Fürbitten Dies das Dann gibt's dann noch so ein bisschen Was gibt's denn fürbitten? Fürbitte Was ist denn eine Fürbitte? Fürbitte ist quasi Wenn jemand etwas quasi Erzählt über das Brautpaar Dies das Und sowas halt Also wie bei der Trauerdings halt auch Da war so und so Und dann jetzt Stefan war Nur halt nur halt im lebenden Zeitalter Genau Dann hier so ein bisschen beten und so Siehst das Kennt man ja Klavier Beten? Dann noch ein Lied Ja Dann gibt's dann hier Das Eheversprechen Trauversprechen Rengetausch Sägen Dann gibt's Schlusssägen Und dann geht's weiter hier Auszug des Brautpaars Und noch mal Musik Achso das letzte Lied Was er dann trenert Da ist dann schon gar keiner mehr da Ja Ja dann die Wahl raus Genau richtig Hm Brüte Anfangsägen Zwischensägen Endsägen Ja ja Das ist einfach so Das ist der ganz normale Ablauf Bei einer kirchlichen Nacht Das wäre noch schlimmer Ich wollte gerade sagen Da wird erstmal noch Weihrauch angezündet Ja Na also Wo ich den Weihrauch gefühlt hätte Ich hätte selber welche mitgebracht Na Und Ich meine So ein Schluck Limo hätte ich auch genommen Na ja klar Ja gut mit den YouTube-Beutel Da hätten sie abhauen können Da hätte ich natürlich nichts reingetan Na Der kommt aber auch noch später Der kommt auch noch Ja klar Ja die kriegen keinen Cent Stefan Oder geht das an euch Geht nicht an uns Nein Es geht an einen guten Zweck Nicht an die Kirche direkt Sondern an einen An einen guten Zweck Den wir selbst ausgesucht haben Hm Also es geht nicht Zu Händen der Kirche Hm Nein Es wird gespendet Hm Ja Hm 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 Na ja Gut Also da geht der Klingelbeutel dann Obwohl wenn sie am Ende mit dem Klingelbeutel rumgehen Ist ja eh keine Matte Gut Die gehen nicht am Ende rum Sondern das Ding steht draußen Wenn die nur nach rausgehen Achso Also die spricht jetzt keiner proaktiv an Ja es wird gesagt Für was das ist und so weiter Und dann Ja aber es kommt jetzt wieder zu dir Und sie hat einen Spenden Kann es aber muss es nicht Ja ok dann wunderbar Dann bin ich ja fein raus aus der Sache Weil das wäre dann wieder so eine Situation Die wäre für einige unangenehm Ja weiß ich Ja Aber Ne da bin ich ja gar kein Fan davon Wenn dann einer davorstehend sagt Bitte Wo ich mir so denke Ja hier Hallo Pfeiver mein Name Grüß dir Was kann ich über sie tun Brauchen sie eine Homepage Brauchen sie eine YouTube Beratung Gehört halt alles dazu Hm Hm ok ja gut Und dann tritt das Brautpaar raus Bla bla Mhm Ne Dann steigen sie in irgendwas ein Erstmal Fotos machen Dies das ne Ach ohne Fotos Fotos Tauben fliegen und Ach ja stimmt Tauben fliegen Ne Foto Ne Tauben fliegen Fotos Mhm Genau Dann steigen sie in ihr Was auch immer ein Richtig Und dann verpissen wir uns in unsere Kfz Und fahren dann alle zur Location Richtig Naja gut ich fahre erstmal noch zu Ansgar Ja klackert Weil ich nehm den mit Ja Dann muss der nämlich nicht fahren Sehr gut Dann gucke ich mir erstmal seine Wohnung an Die ist die top ja Ja Gedenke Dann ziehe ich Was überlegt Mit irgendwelchen komischen Spielen für uns Ja gut das ist ja alles noch für euch Ja Ja ist richtig Ähm der Rest steht halt Ist halt so richtig klassisch Wie euch das vorstellt Meine Damen und Herren Und diverse Und der Rest steht dann halt rum Mit dem Bier in der Foto Und grölt halt von der Seite Ja oder irgendwelchen anderen Kaltgetränken ja Ja aber ich glaube der meiste Wird Alkohol ganz im Jahr Ne Ne Glaube ich nicht Glaube du nicht Cocktails werden viele getrunken wahrscheinlich Das ist auch alkohol Stefan Ja aber es gibt auch welche Unalkohol Hm Die werden am Ende am meisten übrig bleiben Ja aber die mixt man ja erstmal speziell ne Oh Das ist durchaus besser Ich sag mal so Ich sag mal so Wie warm es ist Ja das kommt ja auch noch dem Schluss noch an Ne ich meine ich werde eh zu den Ingetränkewagen Hingehen und sagen Dass sie mir die zwei Kästen Wieder Cola gleich raus tun können Ja Die packst du dann einfach In den Kombi hinein Achso nimm's direkt mit Falls was übrig bleibt Also ich nehm sie mit Stefan Ja Ich hab ein Kombi Na klar Also bevor es wegges Ich wollte gerade sagen Bevor es weggeschmissen wird Na Oder ist das auch auf Kommission dann Oder hast du die vorher allein bezahlt Also Getränke Die angebrochenen Kästen sind auf Kommission Ja Ah ok Der Rest geht ja wieder zurück dann Hm Nüte Ist ja einfach so Aber Wir sind fertig Ich wollte es eh gerade wenden Ja in dem Sinne meine Süßen Am Dienstag geht es dann weiter Dann sind es dann nur noch vier Tage bis zur Hochzeit Ja Ne Ein absoluter Wahnsinn Und es sind dann immer noch Äh Naja immer noch nächste Woche vier spannende Folgen Wo wir das Thema ausschlachten können Und danach müssen wir uns was Neues überlegen als Thema Aber da haben wir ja mein Auto Also von daher Oder es gab Skandale auf der Hochzeitsfeierlichkeit Oder es gab Skandale Oder es gab Skandale Oder ich äh Randy versuche es auszureden Dass wir das nicht in irgendeiner äh Folge erwähnen Das kommt dementsprechend drauf an Äh Je nachdem wie lustig es halt ist Ne Ich mach das immer aus dem Faktor raus Könnte es unterhaltsam für die Leute sein Dann erzählen wir es So Ja in dem Sinne Euch einen schönen Sonntag noch Dann hören wir uns am Dienstag wieder In alter Frische Bleibt schön gesund Und bis demnächst Tschüssigowski Tschü 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 tschü